Und ich erkläre jetzt die Sitzposition. Das ist der Herr Schmid, Eishochke-Präsident von der Kette. Das ist der Herr Frannitzki. Das ist der Herr Martenschieds. Das ist der Herr Reiner Hussard, das ist die Frau Frannitzki und das bin ich. Und jetzt haben wir gerecht, nur zu dem ganzen Theater, was da der Herr Achim Schneider erfunden hat. Der Herr Achim Schneider war ja das, der das gesehen hat. Das war ja netter, das ist wie man sich so nützlich zusammensetzt. Also was ist da jetzt der Bitte? Und mehr ist nicht mehr dazu zu sagen. Gibt es noch Fragen zu spüren? Nein. Weil sonst mehr dazu zu sagen. Könnte diese Niederlage generell brauchen? Oder auch, es ist ja... Wir müssen unseren internationalen Platz natürlich... Sehr, sehr anstrengend, dass wir dieses Ziel noch erreichen. Ich brauche keine Frage. Ich denke, wir sind noch nicht so weit weg. Aber wenn ich genau hinschaue, dann haben wir genau zwei Punkte weg vom Platz 3. Mit einem heutigen Sieg waren wir sogar bei der BNK. Wir sind noch nicht so weit weg. Wir sind noch nicht so weit weg. Wir sind noch nicht so weit weg.